So herzlich willkommen zu emergency 4 und der hamburg modifikation nach meinen letzten zwei videos wo ich mich ja selber ein bisschen ins fettnäpfchen manufriert habe jetzt habe ich nach dem richtigen wort gesucht indem ich mich einfach null mit dem spiel auskenne und das wahrscheinlich auch vorläufig jetzt habe ich zwei rtws aus und alarmiert ich habe so viele e-mails so viele kommentare so viele nachrichten bekommen wie ich die mit der mod am besten umgehe problem ist das ist alles schon wieder eine weile her und deshalb versuche ich mich jetzt erst mal ein bisschen einzuspielen die mod ist noch ein bisschen ungewohnt für mich allgemein die hamburger feuerstruktur ist im allgemeinen etwas anders als ich sie kenne beziehungsweise als sie auch woanders ist aber das ist so so normal und auch so gewollt und deshalb denke ich dass ich da mich hoffentlich irgendwann richtig ein fixe ich dachte mir hamburg kann man immer oder immer mal zwischendurch bringen auch wenn die bieber feldemod mir zurzeit mega viel spaß macht durch den neuen stuff der so drin ist und wo denn eigentlich überhaupt jetzt ist die frage brauche ich hier eine türnotöffnung wo bin ich jetzt wieder ein wir schauen mal also ich bräuchte ja dann tatsächlich einen geräte wagen habe ich das ist ja jetzt habe ich schon mal richtig alle mit einem gerät wagen kann man doch eigentlich die tür öffnen oder ist das ja person gestürzt oder bin ich jetzt komplett auf der vernehe das ist schon das gebäude ja wir schauen mal auf jeden fall versuche ich mich immer noch in jemand einzuarbeiten es funktioniert immer noch nicht so wie ich es möchte beziehungsweise ich komme halt immer noch nicht klar fakt und deshalb sieht es mir einfach nach wenn ich mich da ab und zu ein bisschen doof anstelle ich freue mich über jeden kommentar der mir helfen möchte auch über jede konstruktive kritik aber ja man kann halt nicht immer sofort auf alles eingehen deswegen seid ihr mir nicht böse was haben wir denn hier so alles drauf also im atemschutz sagen wir brauchen wir natürlich nicht ich brauche muss ich das mit der achse machen gibt es ja kein zifix Ich habe noch nicht so ganz Okay nochmal ich bin doof Und das funktioniert ja auch nicht wie kann ich denn jetzt für die tür auf machen kann mir das einer verraten Oder ist das vielleicht ein dlk einsatz weil hier auch das fenster offen ist auch gott das ist schon wieder so ne so typisch ich Ich krieg's halt einfach nicht hin so dlk wird alarmiert oder hub rettungsfahrzeug wird alarmiert Ja ich finde es ein bisschen doof dass in der alarmierung nicht steht Was es nun ist na gut das sieht der rettungsdienst vor ort meistens auch erst Selber was phase ist verstehe ich auch Aber Gerade für mich als neuling in der mod ist es halt einfach bisschen schwierig man muss dazu sagen guckt man sich meine alten bieber felder videos an Es war nicht viel anders ich habe mich zum teil genauso doof angestellt Weil einfach jede mod zu ihrer eigenheiten hat sei ich jetzt die hamburg sei jetzt die bieber felder Kommt man die mod rennen hat sich vor nicht damit beschäftigt kommst du nicht klar und das war mein verhängnis im ersten video Das war mein verhängnis im zweiten video einfach weil ich es Direkt im anschluss aufgenommen habe und das wird wahrscheinlich auch jetzt mal ein verhängnis sein Einfach weil ich mich noch nicht genug damit befest beschäftigt habe problem ist auch ich habe die zeit einfach leider gar nicht und ich würde ganz Gerne die mut wirklich zeigen weil ich sie cool finde und ich hoffe ihr seht mir das danach wenn ich Also ich möchte mich nicht beschweren irgendwas stimmt ja nicht warum Das ist das komisch aus muss ist das so gewollt Also die dlk sehen etwas komisch aus man sieht das einfach die steamer doch schon stück weit älter ist die grafik ist Also bieber felder ist dagegen oder 2020 zumindest auch die 1.2 ist dagegen Ja eine high-end grafik sag ich mal aber das ist ja auch nicht weiter schlimm Das lange die mod so an sich gut ist kann ich auch mit einer etwas schlechteren grafik leben So dann kann der gerät sagen kann aber eigentlich schon mal eindrücken den baue ich dann doch nicht mehr So kollege dann bitte einmal ablegen natürlich mitten auf die straße wie es sich gehörten nach bin ich schon so wir schauen erstmal wie es der person geht Okay Wir brauchen einen aber können ich mich tatsächlich auch mal den rennungs schrauber alarmieren aber in dem jetzt erst mal ein gestinkt normales nr Nef wird alarmiert sehr schön dann kann die dlk aber so weit erst mal schon mal zusammen was ich ein bisschen komisch finde ist tatsächlich das Da kommt auch gleich von hier ne Ist das der notarzt? Das ist der notarzt was habt ihr denn hier für komische notarztwagen in hamburg Ach ich kann da ach das ist Ist das ein rtw wo ein notarzt direkt mit drauf sitzt bin ich da jetzt richtig Okay Gut muss ich mich wirklich noch einarbeiten in jemand Was ich sagen wollte die drehspiegel sehen bisschen komisch aus ein bisschen komisch geleitet Aber ansonsten Ist das alles doch noch nicht ansehe ich mensch das war ja ein überhaupt nicht teurer einsatz Für. Die folge Da kann ja Tatsächlich dieser rtw schon mal einrücken auch die dlk kann einrücken Und Er fährt jetzt richtung krankenhaut sehr schön dann haben wir diesen einen einsatz schon mal abgearbeitet Was im endeffekt auch nur eine fraktur war ich habe einen gerätewagen gebraucht ich habe eine dlk gebaut hier zwei rtw spiel nutzt Also ich war etwas verschwenderisch aber okay Im nachhinein weiß man es halt immer besser Ich bin gespannt man könnte ja tatsächlich mal vorspulen dass man noch den ein oder anderem einsatz so rein bekommt Hier brauche ich direkt wieder Drei Jetzt möchte ich einfach nur weiß geht er haben wir den rettungshubschrauber benutzen Ich glaube jetzt habe ich 1 zu 4 alarmiert Christoph 29 und alarmiert ja ich habe den rtw ist er noch mit alle wird Aber nicht schlimm Der rtw obwohl der hubschrauber echt schnell ist also Da kann der Kann der Er hatte wie seine einsatz hat abbrechen Und wir gehen Hier runter funktioniert das dann hier geht das nicht Folgen sucht schon werfer So wir haben direkt ein feuer rein bekommen Und wir als brennt ein laden tatsächlich und daher alarmiere ich Ich denke das sollte aus rein so jetzt möchte ich aber dass der kollegium mal landet wieso macht er denn das nicht Irgendwie will er hier nicht landen na gut ich habe mir immer vorsicht haben wir mal Einen rtw nach Einen rtw nach Okay ich brauche auch definitiv die eine dlk Ich brauche auch immer Da wir einfach nicht landen na gut ich aber mit arbeite mit dem rtw das mit zu doof jetzt So dann So dann Wollt ihr euch beide schon mal einen schlauch Das muss ich hier natürlich auch mal den notarzt Alarmieren Den ich natürlich jetzt wieder vergessen habe ich bin echt manchmal ein bisschen überfordert mit amort So liegt denn die person hier dahinter kann schon mal aufgenommen hat direkt ins gang was war das war ich denn nicht So ich würde sagen Wir bauen die dlk direkt auf das hlf kann hier hinterfahren Einmal bitte absitzen und ausrüsten mit an der spur nicht Ich möchte eigentlich dass du dir P.A.S. anziehen musst du wohl nicht oder aus So atemschutz wäre vielleicht auch der drehleiter auch nicht verkehrt war oder gut geht anscheinend auch so Hier kann ich tatsächlich atemschutz anlegen So dann rüstet euch mal bitte beide noch mit dem schlauch aus Dass ich das feuer ja gut unter kontrolle kriege Denn die brandausbreitung in der motto ist echt ein bisschen heftigen kann eben saß nur wie so ein kleiner Kleiner laden brand sag ich mal aus Und Jetzt ist es direkt einfach mal So ein heftig großer brand daraus geworden schon ein bisschen böse und fangt eigentlich nicht Du kommst nicht bis dahin das ist weil das hier die seite ist Okay gut was können wir denn eigentlich förmertechnisch noch so tolles alarmieren Ist ja ein flughafen mensch dass ich ja jetzt Das ist ja nett Gut ne zwei flugzeuge ist jetzt nicht die welt Aber Es gibt eben einen flughafen Wenn es darauf natürlich auch geile einsätze gäbe gibt weiß ich nicht Das wäre schon cool So ich glaube ich brauche mal eine nach alarmierung So können die freiwillige feuerwehr alarmieren als sie geht's auch um höhenrottung rüstwagen Kampf mit der räumdienst ab atemschutz Abdecon Befehlswagen Ähm Die einzelnen Einsatzleitwagen Kleinlöschfahrzeug Das ist ja angeblich ein elw Mehr oder weniger Ich habe gehört die freiwillige feuerwehr sowieso nicht einsatzbereit wenn ich die jetzt alarmieren würde Deswegen lasse ich das direkt mal ich alarmier mir nur noch ein hlf nach So wie hier wird fleißig gelöscht Schade dass der teleskop was nicht weiter ausfährt dass wir ein bisschen cool noch oder bisschen cooler Cool bräuchten wir natürlich eigentlich auch zum abstellen aber hey Alles gut Es hat schon wesentlich simpler als die biofelder modner du musst hier keine wasserversorgung aufbauen du musst Man muss keine keine pumpe starten man muss Man muss nicht aufpassen dass die pumpe überlauht Gerade eben habe ich es gesagt Ähm Wie gesagt bieberfeld ist halt da etwas umfangreich okay jetzt alle wir brauchen natürlich HLF HLF Auch eine DLK Und Vorsichtshaber auch Besser zu viel als zu wenig so was haben wir noch Hier brennt es direkt auch wieder Also HLF ist ja schon ziemlich wichtiges Fahrzeug ne So das wäre jetzt erstmal soweit alles abgefrühstückt abgefertigt Dann können die einzelnen HLF schon mal wieder einrücken dass ich die wieder zur Verfügung habe Rauchenkabine was mache ich denn da ist gar nicht wie ich darauf reagieren soll So eine erfahrt eintreffen das Hubrettungsfahrzeug hat eintreffen Was mache ich denn da muss ich da ich kann auf jeden fall reingehen hier ne HLF hat eintreffen ich wo hier ist auch schon wieder böse So holt ihr einmal bitte Atemschutz So dann hätten wir die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort und ich würde sagen wir gehen mal Auf Lagerergründung ne was es sich da genau handelt Rauch sehe ich jetzt so erstmal nicht ich finde es cool dass es solche einsätze gibt Das ist definitiv mal was anderes Als wenn man irgendwelche wohnhäuser die brennen oder pkw brennen oder irgendwie sowas Allerdings ist jetzt hier kein Brand in der kabine zu sehen Maschine bereits gelandet ja was mache ich denn da Muss ich da vielleicht mit ich habe natürlich keinen Groß einsatz rettungsdienst okay da gibt es extra alarm stichwort Ich verstehe halt nicht was ich jetzt hier machen muss Aber ich muss es ist auch noch ich brauche hier dringend fahrzeuge und wir haben eine verletzte person schon sehr schön das wollte ich vermeiden na gut Weil ich mich jetzt zu viel Weil ich mich jetzt zu viel Um diesen Flugzeugbrand gekümmert habe habe ich das jetzt hier natürlich heftig vernachlässigt Das Flugzeugbrand ist ja sowieso schon soweit erstmal evakuiert also von der seite da sollte es keine probleme geben So einmal bitte mit atemschutz ausrüsten Jetzt gehen wir natürlich die ganzen fahrzeuge hoch ich muss erstmal die polter wegfahren lassen So wie ich jetzt hier allerdings weiter agiere weiß ich auch noch nicht so richtig So wie ich jetzt hier allerdings weiter agiere weiß ich auch noch nicht so richtig Ich bin mir hat noch nicht so sicher wie ich diesen einsatz Ich bin mir hat noch nicht so sicher wie ich diesen einsatz Ich habe zwei mit dem b-dienst jetzt alle mit das wollte ich nicht gibt es Wir haben eine bildkameras gibt es nicht ne? Na wir schauen mal Es ist doch hier das nächste auto meine güte obwohl ich versucht habe unter zu kühlen Den feuermann geht es auch nicht mehr so gut aber hey So ist jetzt mittlerweile ein elw hier eingetroffen Und t4 sogar noch sehr lustig Ich weiß halt leider nicht wie ich dieses Komm ich bin jetzt pilot Aber wie kann ich denn dieses feuer abschließen frage ich mich gerade Na gut das weiß ich jetzt leider noch nicht wenn einer von euch einen tipp geben möchte Ich bin offen für alles Jetzt habe ich sogar noch einen zweiten da den brauche ich jetzt eigentlich nicht Ich weiß halt nicht wie ich das abschließen kann Das ist nur noch ein bisschen ritze Ich hoffe also ich feiere säure einsätze schon hart ich weiß bloß nicht was ich machen muss denn Es sind keine leute mehr drin ich sehe kein rauch gibt es die möglichkeit über den einsatzleiter beziehungsweise über einen gruppenführer Einen fährderalarm zu melden geht das ist das möglich Und man kann die türen öffnen sehr interessant mit der leiter kann ich auch nichts tolles machen Könnt ihr euch mit der einer wärmebildkamera ausrüsten das geht leider auch nicht mit feuerlöscher Wir können ja mit dem feuerlöscher mal rein gehen Also ich sehe halt kein rauchen das ist halt so gerade mein problem Dieses Cool ist dass man wirklich nur auf p drücken brauchen die bauen davon ganz alleine ab Das ist ein bisschen Erspart einem etwas die arbeit Aber ich muss sagen mittlerweile komme ich wie es mit dem alarmierungssystem eigentlich ziemlich gut klar Kollege Ff kann eigentlich einrücken Ihr könnt auch erstmal einrücken und zwar Ich glaube ein streifenwagen ist hochgegangen Wir haben einen VKU Aber das würde ich sagen arbeite ich jetzt nicht ab denn Das video soll jetzt auch gar nicht so lange gehen ich habe leider keine zeit mehr wenn ich versuche immer so 30 minuten videos zu machen zu meinen anspruch aber leider Ist das nicht immer möglich weil auch meine zeit irgendwo begrenzt ist Deshalb hoffe ich es hat euch gefallen gibt mir tipps ich versuche immer noch die matze zu lernen ich finde sie mega geil aber Sie ist halt auch manchmal mega mega kompliziert Na gut ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sehen uns in einem meiner nächsten videos Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Ciao Das war's.